moin magic soul ja gute frage liebe seele warum ist mein seelenpartner eigentlich verheiratet ich meine der ist vergeben ist er dann nicht tabu für mich diese frage kenne ich nur zu gut und auch diesen glaubenssatz und darum freue ich mich heute ganz besonders das in einem gespräch mit meiner seele easy zu klären ja wir sind es annett und easy live aus kapstadt wie schön dass du da wirst ok los geht's du sag mal easy wie kann das denn sein und warum ist es so dass der eine seelenpartner oder auch beide seelenpartner verheiratet sind sprich sie sind vergeben sind ja gar nicht frei und ist das dann nicht tabu für uns oder ganz einfach weil es zu dem jeweiligen seelenplan gehört diese ehe zu leben ok und wie macht ihr das dann setzt euch dann im universum zusammen also bevor er inkarniert und bespreche das dann so nach dem motto du ich muss bevor wir uns treffen muss ich noch mal irgendwie heiraten und ich muss auch noch vater von drei kindern werden oder wie müssen wir uns das vorstellen ja genau aber warum dann dieser umweg ich meine kann man als seelenpartner denn nicht gleich zusammenkommen ja könnten wir aber lasst es mich euch an einem beispiel erklären bevor eine seele inkarniert muss alles genauestens besprochen und geplant werden es wird sozusagen der seelenplan erstellt es muss aber auch ganz viel koordiniert werden weil ja nicht nur die eine seele inkarniert oder in diesem falle die beiden seelenpartner die füreinander bestimmt sind sondern ja auch noch ganz viele andere seelen nun ist es so wenn eine seele inkarniert sucht sie sich ja eben auch eltern aus die familie das umfeld weil das eben auch zu ihrem seelenplan wird und wenn jetzt du oder eben dein seelenpartner eben dieser ehepartner ist oder eben auch diese mutter oder dieser vater ist von dieser neuen seele die sozusagen hier empfangen wird auf dieser welt um eben dieser seele auch eben vater und mutter zu sein dann gehört es zu eurem seelenplan das heißt dieser wundervolle auftrag wird als erstes erfüllt vertraut uns es geschieht alles zu eurem besten ok das heißt ihr seelen seid eigentlich völlig relax weil ihr wisst ja wieso weshalb warum und letztendlich könnten wir menschen das auch sein wenn wir euch mehr vertrauen ja genau ich weiß es ist leichter gesagt als getan aber zum menschsein gehören emotionen dazu zum menschsein gehört auch dazu neue wege zu finden einen unterschied zu machen etwas zu verändern denn was ist denn leben veränderung wachsen und reifen das heißt etwas neues zu erschaffen und das ist ja das spannende am leben und das ist das spannende an der inkarnation etwas neues zu schaffen neu zu denken auch neu mit dingen umzugehen die frage ist doch wie schafft ihr menschen das leichter damit umzugehen ja genau cool und wie machen wir das lasst es mich so erklären wir sind in eine neue zeit gestartet es hat ein neues zeitalter begonnen ist die größte transformation der geschichte überhaupt wo sich alles verändert und neu ordnen wird und das bedeutet auch dass alte strukturen sich auflösen auch gesellschaftliche sichtweisen und gesetze eben auch eure glaubenssätze so wie ihr die welt seht das wird sich alles verändern und das bedeutet auch dass man natürlich dieses modell dieses beziehungsmodell was bisher von der gesellschaft gelebt wurde oder auch diese liebe die man bisher als liebe für sich so empfunden hat einfach neu definiert wird das ist eine neue liebe eine neue liebe der zukunft und auch der neuen welt die wir gerade erschaffen die völlig anders ist als das was ihr bisher gelebt hat eine partnerschaft eine seelenpartnerschaft auf augenhöhe die nichts mit dem beziehungsmodell zu tun hat was ihr vorher gelebt hat wo es um abhängigkeiten geht um der andere muss mich glücklich machen sondern jetzt geht es um unabhängigkeit darum in freiheit zu leben und das bedarf natürlich ganz neue dinge mit denen ihr euch beschäftigen müsst das heißt aber auch wenn ihr etwas neues schaffen wollt müsst ihr etwas anderes loslassen und stell dir mal vor anett du hättest weiter an dem glaubenssatz festgehalten das lotz der verheiratet war tabu ist und ich weiß wie sehr du mit dir gekämpft hast oh ja sonst wäre ich nicht mit meinem lotz der mann zusammen und ich muss wirklich sagen ich bin ganz 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 glücklich und dankbar dass ich damals den mut aufgebracht habe und wirklich diesen glaubenssatz in frage gestellt habe weil ich meine ganz ehrlich wer will denn der ehe zerstören wer will denn schuld sein wer will denn jemanden wehtun niemand und genau diese ganzen dinge ging ja auch durch meinen kopf aber ich wusste auch dass wir füreinander bestimmt sind und das ist doch da eine möglichkeit geben muss dass es dadurch einen weg geben muss wie man das eben auch anders lösen kann also ja danke was mir ganz ganz wichtig ist dass ihr wirklich versteht dass ihr als seelenpartner zusammen gehört wir sind auf diese erde gekommen wir sind inkarniert mit dieser mission wirklich wieder als seelenpartner verein zu sein und endlich diese wahrhaftige und tiefe liebe auch öffentlich leben zu können weil das ist die neue liebe der neuen zeit dass wir das einleuten das ist unsere mission und die werden wir hier auch ausführen das ist ein ganz 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 wichtiger teil unseres seelenplans unseres auftrags warum wir hier sind und das ist mit das schönste was wir uns nur vorstellen können wieder mit unserem seelenpartner verein zu sein frei diese liebe leben zu können die neuen anders ist als die gesellschaft je gelebt hat und wo natürlich glaubenssätze aufpoppen das ist ja ganz klar aber die dürfen wir jetzt in frage stellen weil davon lassen wir uns nicht mehr abhalten diese wahrhaftige tiefe liebe zu leben müsste euch daran halten nein ihr habt einen freien willen ihr könnt euch dagegen wehren aber wir haben euch dafür die seelenpartner sehnsucht gegeben und wir haben euch dieses oneness gefühl gegeben weil das weißt du selbst wenn du deinem seelenpartner begegnet bist kennst du dieses oneness gefühl und das willst du nie wieder hergeben klar dass ihr das gefühl habt dass ihr den seelenpartner nicht haben dürft oder dass es extrem kompliziert ist oder dass er nicht frei ist aber für uns als seelen ist er frei und es ist dann auch genau die richtige zeit wann wir euch zusammenführen sozusagen beziehungsweise wir uns auf der erde als seelenpartner treffen egal wie die konstellation sind egal wie schwierig das aussieht weil diese hörten die überwinden wir so nun wissen wir auch dass er und familie ein großes tabuthema in eurer gesellschaft ist das heißt dass es eigentlich unantastbar ist wo im grunde genommen ja auch gar nichts gegen spricht und auch diesen schutz da drin zu finden ist auch etwas ganz ganz wundervoll ist aber jetzt gilt es eben auch ehe und familien neu zu leben auch größer zu denken weil letztendlich sind wir doch alle familien sie gehören alle zu einer familie das problem ist bloß oder die herausforderung das so wie ihr bisher die ehe und auch die familie gesehen habt ist dass ihr dort eure sicherheit versucht habt zu finden ihr habt euer nest gebaut und für euch ist auch vieles gewohnheit geworden und gewohnheit ist für euch sicherheit weil da kennt ihr euch aus nun gilt es aber auch in der neuen zeit sicherheit in euch zu finden dass du in dir sicherheit findest dass du nichts mehr im außen brauchst um sicherheit zu finden das heißt dass du dich nicht an deinen ehepartner klammern musst damit du glücklich bist damit es dir gut geht oder damit du nicht alleine bist dass du dich auch nicht an deine familie klammern musst um etwas wert zu sein sondern jetzt gilt es eben darum auch den wert in dir selbst zu finden das heißt die gesellschaft hat bisher regeln aufgestellt und auch die ehe und die familie unantastbar gemacht aber der gesellschaft war es völlig egal was in dieser familie gelebt wird ob das gut ist oder nicht ob es weh getan hat ob es überhaupt förderlich war geht es darum in der neuen welt nicht mehr in diesen festen strukturen zu leben sondern das mir aufzubrechen und auch mehr dinge zuzulassen die das eben auch bereichern und verschönern können eben auch familie zu leben dass eben neue familien konstrukte entstehen dadurch wenn eben zwei seelenpartner zusammenkommen die zum beispiel beide auch eine familie mitbringen so nun wissen wir wie eben ja schon gesagt dass es euch nicht leicht fällt in diese veränderung zu gehen sprich auf der einen seite die ehe zu verlassen oder eben auch die familie also loszulassen um sich für etwas neues zu öffnen weil im grunde genommen wollt ihr niemanden verletzen ihr wollt auch niemanden verlieren dennoch kann man das mit liebe und respekt machen und das ist uns auch ganz ganz wichtig nicht einfach zu sagen auch weißt du ist mir egal ich gehe mal eben weg ich gehe zu meiner seelenpartner oder zu meinem seelenpartner und was meine familie und mein ehepartner angeht das ist mir wurscht darum geht es nicht sondern es geht darum wirklich auch in liebe und respekt eine wundervolle lösung zu finden auf der anderen seite willst du natürlich auch nicht schuld sein dass eine ehe zerstört wird oder eben auch eine familie oh ja dafür keiner oder ja das wissen wir und darum ist es uns ganz ganz wichtig dass ihr versteht es geht nicht darum etwas zu zerstören sondern es geht darum etwas zusammenzuführen was zusammengehört ihr habt doch immer dieses tolle beispiel vom topf und dem deckel dass jeder topf seinen passenden deckel hat der perfekt zu ihm passt und das ist der seelenpartner du musst dir das so vorstellen dass dein deckel also dein seelenpartner dass der sozusagen erst mal auf einem anderen topf war um eben diese ehe zu leben um eben dieser vater oder diese mutter zu werden das heißt du hast großzügiger weise weil es ja zu deinem seelenplan gehört eben diesen deckel an den anderen topf ausgeliehen sozusagen du hast also deinen deckel dem anderen topf zur verfügung gestellt damit das eben gelebt werden kann ist das nicht wunderbar da kannst du richtig stolz drauf sein dass du in dieser großzügigkeit gehandelt hast so aber nun ist es zeit dass du diesen deckel wieder zurück bekommst um etwas neues zu leben um wie gesagt als pioniere jetzt diese tiefe und wahrhaftige liebe zu leben was passiert jetzt mit diesem gesellschaftlichen tabuthema wenn es aus dieser perspektive betrachtest ist es noch tabu nein es ist dein recht dass du diesen deckel jetzt wieder bekommst hat sich völlig verändert oder das heißt jetzt nicht dass du dir natürlich jetzt einfach deinen deckel nimmst das sollst du jetzt meiner nein darum geht es natürlich nicht da muss natürlich eine wundervolle lösung gefunden werden nämlich in liebe und respekt das eben zu lösen aber das coole ist doch dabei wenn du ein deckel hast ein perfekt passende deckel für dich deinen seelenpartner und der andere dir deinen deckel zurück gibt deine seelenpartner sozusagen das heißt dass er auch ein passende deckel hat dass er auch ein passenden seelenpartner hat der perfekt zu ihm passt den er nur noch nicht kennt der da draußen noch rumläuft und den er jetzt finden kann ist das nicht cool bei uns ist alles genauestens geplant da kommt keiner zu kurz sondern es ist alles ausgeglichen alles hat seinen sinn ist das nicht cool und auch für die kinder bedeutet dass sich für ihr glück entscheiden dürfen und dass sie eine lösung finden wie sie mit dem ganzen umgehen dass sie sich verändern dürfen dass sie keine angst haben müssen sondern dass sie mutig sein dürfen wie gesagt sich für ihre liebe zu entscheiden ihr leben zu leben sich für sich selbst zu entscheiden denn der seelenpartner ist ja der weg zu dir ist das nicht cool ja cool darum vertraut uns seelen und wir finden gemeinsam eine lösung wie wir das alles regeln können darum hör mehr auf dein herz hör mehr auf deine intuition und sei mutig denn wie heißt es doch so schön den mutigen gehört das glück lieben dank lini sie gerne ja mega cool wieder ich meine auch dieser vergleich mit dem topf und dem deckel einfach herrlich und weißt du was mir eben gerade noch mal so bewusst geworden ist wie besonders das ist diese großzügigkeit leben zu können dass eben dann seelenpartner erstmal etwas anderes lebt bevor mit dir zusammenkommen kann und wie stolz du auch auf dich sein kannst dass du ihm das letztendlich auch gewährt hast oder auch gewährst und ich glaube so fällt es uns auch leichter viel viel leichter eben auch damit umzugehen dass der andere vielleicht noch nicht so schnell aus dieser konstellation ausbrechen kann dass er vielleicht auch noch ein bisschen zeit braucht aber dass du auf dich achtest weil das ist ganz ganz wichtig du bist das wertvollste in deinem leben dass du auf dich achtest und dass du die chance wahrnimmst was du daraus machst und wie du damit umgehst und dass du an euch glaubst weil wenn eure seelen eine mission sind dann schaffen wir das auch und wie gesagt dass du auch für dich einfach mal schaust welche glaubenssätze oder dieser glaubenssatz ist dann mein seelenpartner tabu für dich einfach auch noch mal in frage stellst und schaust was kannst du dir für einen neuen wundervollen glaubenssatz schenken der dich eben dabei unterstützt der dir hilft so und nun bin ich ganz gespannt schreib mal gerne in die kommentare was dein aha moment ist was du für dich mitnimmst und wenn du eine frage an easy hast die wir in so einem gespräch klären sollen auch gerne das in die kommentare wir sind mega gespannt wir hoffen ja dieses podcast video weitergeholfen wir sehen uns im nächsten schau von now we love you du bist magic deine annett und easy